Hallihallo alle zusammen, wir sind hier bei einer Folge Cry of Fear mit dem Oli-Boy. Opa! Hallo! Und ich muss jetzt mal ein bisschen den Sound leiser machen, das ist nämlich X-Trix. Ja, ich hab ihn nur auf 2 stehen. Wieder ins dänische Bettenlager und suchen uns ein neues Bett. Das Haus sieht aus, als könnte man da rein. Kann man, ich geb dir Rückendeckung. Nein, kann man nicht. Wir brauchen Trinkens Munition. Hier läch' ich in die Schrotflinte. Über Deckung? Ja, dann kommt wahrscheinlich wieder so ein Kettensägen-Massakerviech. Ich hab Munition für die Schrotflinte bekommen. Ja, spar das mal auf. Oh Gott. Hier auf 2 hab ich die Schrotflinte. Oh! Hallo, wir möchten gerne eine Bett kaufen. Ah! Ne, das Bett ist blutig, das möcht' ich nicht haben, tut mir leid. Wir müssen auf jeden Fall Munition sparen. Oh ja. Hier nicht was. Trupp mit Munition. Wenn du eine Spritze hast, sag Bescheid. Oh! Ich hab jetzt neunmal Munition. Also ich kann neunmal fett nachladen mit der Ding. Ah ne. Neun Schüsse mehr. Auch das die Gegner, wo jetzt kommen. Und ich hab nur noch einen Schuss. 14 Schuss hab ich mit der Schrotflinte jetzt. Nicht zu. Das ist... Okay, jetzt hab ich keinen Schuss mehr. Ach so, der greift die einmal an und dann explodiert dem sein Kopf. Ich kann nur noch schlagen. Da kommt was Eisli. Mhm. Von wo? Da! Das ist so einer. Ja, dann kann ich mal noch. Ne Spritze! Ne Spritze! Ne Spritze! Heisli ist es, falls ihr am Drogen nehmen. Oh Gott! Was denn? Nichts, Eisli! Alles gut! Was ist das? Ich hab nur nen Schlagstock. Schieß doch nicht die kleinen mit der Schrotflinte kaputt. Um die kann ich mich doch kümmern. Ich muss nachladen. Alles gut Eisli. Kriegst du den kaputt? Ja. Komm her! Hau dich! Kümmer dich nur um den Großen. Oh Gott, sieht der aus. Ziel nicht aufs Herz. Ich glaub das ist nicht mehr vorhanden. So, das war's mit meiner Munition. Warte, ich versuch mal ob ich ihn kaputt kriege. Aua! Geh weg, geh weg, geh weg! Das war zu spät. Der tritt noch auf mich drauf. Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe! Nein, ich kann ihn nicht laufen! Ich bin in die Sackgasse gelaufen. Wie soll man den denn bitte kaputt kriegen? Wo ist es nicht? Wo sehe ich mich? Wir kriegen das hin. Wir müssen jetzt Munition sparen. Wir tun die ersten Monster alle nur... Wo sind wir? Die Waffen sind wieder alle weg. Da hinten ist ein Viech. Wir tun... Die ersten Monster nicht erschießen, sondern nur mit... Schlagstoff. Ha! Ha! Kaputt ist der. Ha! 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 Ich haut nicht... Nicht erschießen! Okay, er haut nicht hoch. Okay, da brauchen wir extrem viele Spritzen bei sowas. Wir müssen sie ja schießen. Ja, da ist das Problem dabei. Da ist die Glock, die kommt in eins und das den kommt in drei. Das ist hier hinten schon unterwegs. Oh! Wo sind die Glockratzen? Ich rüste gerade die Glock aus. Hier oben war doch noch Schrott vor hinten Munition. Ne, da war die Schrotflinte! Wir werden schießen von dem Bett. Die Schrotflinte ist hier, genau. So. Komm runterladen, blöde Co! Ich hab keine Munzie mehr. Ja, toll. Ich hab auch nicht. Wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Die Glock auf drei liegen. Ich muss auch kurz meine Sachen wechseln, denn die Schrotflinte kommt jetzt auf. Ach, das war die Glock. 2. Jetzt hab ich nur noch 5 Schuss. Schon wieder im Bett. Jo, nichts hast du jetzt übersehen. Eisley geh bloß nicht drauf, ne? Äh, werd ich gleich. Aber da vorne war irgendwo ne Sprüche. Mein Charakter stöhnt schon rum. Komm runterladen! Geh doch. Da war ne Sprüche. Eisley? Bin tot. Vieh? Vieh, ich explodiert vor mir. Au au. Aber ich wollte, ich wollte die Spritze haben. Ich warte, dass Eisley wiederkommt. Boah, ich muss kurz aufraßen. Oh Gott. Wo sind wir hier nur gelandet? Ich wollte doch nur ein paar Donuts holen. Wir müssen Simon finden. Ich will Simon nicht mehr finden. Ich will nach Hause ins Bett. Du bist Polizist. Mir egal. Ich bin Polizist, um Menschen zu helfen. Und nicht um gegen den Mond zu kämpfen. Ey, das ist aber gar nicht so schlecht. Jetzt hab ich wieder ne volle Pistole. Ja, deswegen müssen wir mal aufpassen. Ja, ähm. Upsala. Äh, 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 äh. Die macht wieder das Spiel kaputt. Zugang, ja. Jetzt. Ähm, ja, die hat halt nur 6, 7 Schuss. Wo bist du? Da bist du. Da hinten war jetzt gleich Party. Mhm. Hier war irgendwo ne Spritze, glaub ich. Da oben. Gar nicht eine. Nehmen sie auf. Warte. Kommt ne 3, dass ich gleich Notfalls wechseln kann. Okay, meine Wache ist leer. Er muss nachladen. Ich kann nur schlagen, wenn ich... Die Frage ist, ob man den überhaupt kaputt bekommen. Was macht man eigentlich? Ich hab ihn verwirrt. Ich weiß nicht, ob du... Sollen wir an dem vorbei rennen? Ich hab nur noch 4 Schuss. Lass mal einfach vorbeilaufen. Oh Gott. Oh. Oh. Oder wir machen die Neimer kaputt. Warum trocken die wenigstens nichts Gutes? Ja, das wär schön. Die haben nur noch 3 Schuss. Ich hab nur noch den Schlagstoff. Also, ich hab ein bisschen Angst. Hier ist alles gut. Simon! Bist du hier? Ich kann hier jetzt nicht einfach rauskommen. Genug gespielt. Ich hab deine Verwandten getötet. Ich will ne Waffe. Waffe. Ich öffne dir auch nicht. Oh Gott. Hier ist ein Waldstück. Waldstück? Garten. Das sind Bäume. Das ist Wald. Ich hab Munition gefunden. Keine Waffe. Ich finde, wenn ich hier auch nicht rüberhüpfen kann. Ich hab ganz vergessen. Man kann ja auch sprinten. Wie denn? Kommen wir hier rein? Ich hab ein Grafiker. Da ist ein Kanaldeckel offen. Und das finde ich jetzt auch schön. Oh Gott. Eisley, Eisley, Eisley. Ja, 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 ja. Nicht mit mir, mein Freund. Das ist Eisley, mal schön in Ruhe. Das ist... ...erlich, ahne Schlimmes. Es gibt nur diesen Weg. Wie docke ich mich? Steuerung. Mann. Willst du vorgehen? Nein, ich hab keine Waffe. Du darfst... Komm her! Mein Ort! Komm her! Komm her! Komm her! Ich hab Angst! Andere Richtung müssen wir... Na toll. Aber da ist wieder ein Loch nach... Nein. Komm, Bayer! Mein Ort! Komm, Bayer! Hallo! Simon! Waffen! Oh, ne neue Tür. Die Türen sind böse. Ich glaube, Simon ist jetzt da. Toll. Ja. Pistol. Rotplinter. You're disconnected from the server. Kannst du wieder neu connecten? Ja. Moment. Ich versuche es. Du musst nur den Part, wo du neu connectest, auch schneidest. Ja, ja. Alles... Alles super. Alles Paletti. Mach ich ein Sternchen vor. Oh! Oh! Ich schreck mich doch nicht so! Mein Ort! Das hat mir nicht in der Hand. Ah, eine Spritze. Hier ist Zeitung. Eisley? Äh, äh, ja. Ich glaube es ist Dingens. Niederländisch. Stockholm! Wo sind wir hier? Bist du durch die Tür gegangen? Warte mal, wo ist Stockholm? Ich bin bescheuert. Dingens! Oh! Oh Gott! Ich wollte hier gar nicht runter! Hallo? 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 So spät, da ist Schrotflinten Muni. Bleib mal da. Okay, hier ist eine U-Bahn. Hallo? Die Musik. Die macht mich ja jetzt schon kirre. Stecken. Eisley, wo gehen wir lang? Ich habe keine Muni. Keine Ahnung. Ah! Gott! Ah! HAAA! Bomb! Komm her, mein Freund! Nicht mit mir! Gehen wir hier nicht durch? Hier liegt eine Spritze, Eisley! Ich habe eine im... Ja. Nimm die mit. Was ist mit dem anderen Weg? Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Warte. Ach so, dann nehme ich die mit. Warte, ich heile mich eben. Wollen wir mal kurz gucken, was beim anderen Gang war? Mhm. Ich habe noch 5 Schuss. Oh nein. Nein. Lalalalala. Hier geht's nicht weiter. Aber da ist eine Waffe, oder? Eine Waffe. Eine fette Waffe, du. Nimm mit. Das ist ein Donator-Only-Weapon. Geil. Ja. Nein, ich habe nachgeladen. Ich habe gerade ein Magazin verballert. Und die Waffe? Magazin verschwendet. Ja, die Waffe. Nimm die Waffe mit. Können wir nicht. Oh. Wir müssen wahrscheinlich nicht gespendet haben, damit wir die mitnehmen können. Oh. Hätte das einer früher gesagt, hätte ich gespendet. Wo bist du jetzt lang? Welchen Gang? Ja, den gleichen Gang wieder. Oh. Kommst du Eisley? Hallo? Ah, da bist du. Ich bin den richtigen Gang gegangen. Hier waren zwei. Hallo, Freundchen! Oh Gott. Lauf, lauf, lauf. Ich kümmere mich drum. Nein, mein Freund. Nicht mit mir. Ich wette, von der Decke kommt irgendwas runter. Ich bin oben. Ich bin oben. Wie soll ich denn da hochkommen? Da kommt einer auf mich zugelaufen. Meine Jumping Run-Künste sind genau so wie wie... ...Mine Kracht. Ich darf den Abseits, ja. Mal auf Munition achten. Ich hab keine gesehen. Nur noch zwei Schuss? Das reicht noch mal für alle so einen Typen Ich habe Angst um diesen kleinen Gang zu gehen Irgendwofür muss der da sein Um auszuweichen falls einer auf die Tür kommt Nein, er hat Munition Scheiße, der hätte ich gegeben können Hallo! Jemand zu Hause? Oh Gott, zurück, 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 zurück Eisli, zurück, zurück, zurück Lauf doch mit durch Da ist noch einer Er chillt sein Leben Jetzt nicht mehr Hier gehts raus, Eisli Oh Gott, Hallo! Können wir sie denn etwas verkaufen? Der kotzt seinen Dickdarm aus Ne, der hat seine Zunge nach dir geworfen Das war nicht die Zunge Das war irgendwas Komplett Er muss nachladen Oh Gott, ich bin fast tot Jetzt ist er tot Munition Gib mir mal schnell Hier ein bisschen Hier ein bisschen Was auch immer Ne, das ist sehr schwer zu erkennen Oh Gott Warum als die Warum hast du gesagt Hey komm, lass doch mal Freds versuchen Den haben wir schon so lange nicht gesehen Nein Ich klapp den suchen wir Ja nicht Freds, Simon, verdammte scheiße Ich glaub Simon sollten wir in der nächsten Folge weiter gucken Ich bin jetzt hier oben jetzt hat es geschafft okay als ich deine abmoderation dann mal gucken wir uns nächstes mal schrecken können macht's gut bis dann